Es beginnt, es ist auf normal, so wie ihr es gewöhnt seid. Nichts Perverses, ihr wisst es. Ähm... Damn it! Ich weiss nicht, was ich machen soll. Oh verdammt! Nein, auf mit dem E-Mor! Hör du, nichts Nerdiges bitte! Nicht mit Filmen, mit Comics, mit Zeichnungen, hört! Keine Ahnung, mir fällt nichts besser sein, also mach mal etwas Nerdiges! Nein, nein! Too late, ich habe es eingeloggt. Nein! Ach nee! Guck, was heißt das? So... Oh Mann, nein, ich will den hassen. Ich weiß gar nicht, was er so weiss. Wir sollten vielleicht Sachen machen, die unser neuer Zuschauer vielleicht auch versteht. Und ich... Ohne Ahnung. Du wirst es entweder wissen oder nicht wissen. Das kann uns egal sein. Oh, damn it! Und wenn das der Misaki mal betrifft, ist das auch etwas Böses. Ich glaube, das kommt von Roby. 100%! Ich glaube, das kommt von Roby. 100%! Ich glaube, irgendetwas nicht perverses, aber es muss in der Richtung gehen. 100%! 100%! Ja, das klingt nach Roby. Einen Moment, es schaut jemand zu, ohne dass er es nicht sehen darf. Nein, stimmt nicht! Mal einmal, es stimmt. Und... absolut korrekt. Ach Gott, das sieht so schlimm aus. Da habe ich irgendwie ein bisschen Zeichen. Darum schreibe ich, wenn ich es richtig schreibe. Ja, ich glaube, das kann man so erzählen lassen. Das ist eigentlich ganz, ganz okay. Okay. Ich trinke zu viel. Ah. Okay. Oh! Oh nein, wie hat sie geheissen? Obwohl... Nein! Äh, wieso... Wieso ausgerechnet, wenn ihr so etwas gezeichnet habt? Warum muss ich als Nicht-Zürcher so etwas zeichnen? Ja, da habe ich mich bei Augen gefragt, wo ich es zeichnen musste. Da habe ich eine riesige Frechheit gefunden. Ah, da hatten wir ja dasselbe. Ja. So etwas Grusiges und Schreckliches. Warum hat man den Eichen eigentlich in Andermatt verbrannt? Langweilig gewesen. Hm. Ich habe keine Ahnung, ich weiss, der kommt nicht. Wird schon nicht nöder. Die Teufelsbrücke hat man ja verbrannt. Hm. Da! Da vorne hin, dann kann ich dich genau eins zu eins abzeichnen. Hm. Ich werde nicht verbrannt. Ah, da wurde nicht vergessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu viel. Was soll ich teichnen? Ja. Ich sage, wir haben heute sehr oft von dir gehört. Die andere Frage ist, wer schaut das überhaupt nach? Ja. Ja, du? Nein, ich schaue doch die Serie nicht. Und vor allem das Remake ist ja richtig. Keine Ahnung, ich weiss nicht, was für eine Serie du redest. Wenn ich es sagen würde... Wir spoilern! Das wäre mir auch nichts. Ja. 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 Noам. Ja. 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 Ja, 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 ja. Das ist wirklich eine sehr gelungene Zeichnung. Oh, ich habe etwas vergessen. Ja. Wir sind nicht schon gelungen. Wir sind nicht schon gelungen. Shit, 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 shit. So. Jetzt ist es wirklich sehr schön. Wieso werde ich jetzt wieder ausgelacht? Egal. Kommt es hinten schon zurück über. Irgendwie fällt der mittlere Teil des Körpers in meiner Zeichnung. Äh. Egal. 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 Okay, das sieht geil aus. Aber... Egal. Egal. Ich habe das gerade direkt... Oh, shit. Da weiss ich nicht mehr, wie ich das zeichnen soll. Irgendetwas, was das uninteressante Land ähm repräsentiert. Ich mache damit schwarz. Falls irgendwelche Leute aus dem Land zuschauen, sorry Gell, dass ich euch als unwichtig betitelt habe. Ich mache das nicht. 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 Ich habe mir spontan besser eingefallen, um das Land zu repräsentieren. Das wird schon gut sein. Ich denke mir eben auch. Das wird schon gut sein. Telefon! Hallo! Das wäre eigentlich gar keine blöde Idee, Paddy. Aber würde das überhaupt jemand verstehen, wenn ich das gezeichnet hätte? Ich glaube weniger. Dann habe ich lieber die Fahnen dieses Land gemacht. Vielleicht einfacher zu zeigen. Der links ist klar. Warum? Warum wüsste ich gerade welches Land? Weil du wahrscheinlich der Tag war, der es machen wollte. Das würde mich nicht wundern. Warum? Ich kann es ja nicht. Nein. Bei dir müsste etwas mit Star Citizen sein. So oder so. So beginnt es. Star Trek. Das habe ich von mir extra gemacht. Oh ja. Ich habe ihn damit überfordert. Absolut nachvollziehbar. Das ist auch nicht gerade besser, Martin. Es sieht einfach aus wie Teletubbies. Power Rangers im Urlaub. Okay. Das ist interessant. Die Wandung ist interessant. Power Ranger im Urlaub? Power Ranger sonnt sich am Meer auf Liegestuhl. Hast du auch nichts verpasst bei Star Trek? Geil. Das ist doch gut. Schau mal die Sonne an. Ich habe Sonnencreme im Gesicht. Ja, hat etwas ja. Was hat denn Martin da noch? Sechsleuten, Böck wird verbrennt. Das kommt von Martin. Unglaublich. Oh stimmt. Hast du auch einen? Oh fuck. Ich weiss schon, wie man den Böck zeichnet. Ja, ist doch einfach ein Schneemann im, oder? Ja. Keine Ahnung. Person mit Hut und Bart steht im Flammen. Da habe ich gesagt, es sollten etwas nicht, was andere Leute verstehen würden, was es ist. Oh. Böck. Niemand kennt den Böck außerhalb dieses Land. Also nachvollziehbar ist. Ich bin im Land und kenne den Mann. Ja, du bist auch ein Ausländer. Du fährst schon zur Tür und kennst nicht den Böck. Das ist schon peinlich. Der lügt eh. Das stimmt alles nicht. Ich habe es schon gehört, aber ich habe auch nicht wieder ausgesehen. Ist das nicht so ein komischer Holzschüttel? Das war ein Holzhaufen. Dann zünden sie an, ja. Ja, Sticky, was brennt eigentlich dort dazwischen dabei? Ja, es nimmt mich auch wunder. Also ich, ich ähm... Ja, gehen wir lieber schnell, schnell, schnell weiter. Bevor wir auf böse Gedanken kommen. Swiss Army Fails. Irgendwas. Dann habe ich Feuer und Plamme. Okay. Zwei Personen der Swiss Army. Einer schiesst. Ja. Zwei Mal. Wow, wegen einem Pack. Robin und Martin entkriegt gegen Lichtenstein. Waaat? Also wegen dem ist es gekommen? Nein, ich hätte Martin vermutlich selber verschossen. Martin überfällt Lichtenstein. Ja, und jetzt komme ich. Ich wusste nicht, wie ich so Lichtenstein darstelle. Aber ich habe es einfach mit den Fahnen gemacht. Das war am einfachsten. Können wir das überspringen? Nein. Überspringen geht nicht, wir gehen jetzt direkt zu dir. Ein Paar küsst sich. Ist nicht pervers. Wow, Misaki. Oh mein Gott. Ich habe nichts von Zungenkuss geschrieben. Es soll nicht pervers sein. Was hat der Song heisst? Brille mit Per. Brille mit Per-Woll. Brille mit Per-Woll. Speichern. Sehr extrem hat sich das ausgeartet. Mein armer Perle, Mann. Ja. Das ist ein Sprüller. Ja. So, zum nächsten Mal. Starlink Satelliten am Horizont. Auf Französisch stimmt. Auf Französisch sind wir aber Per. Ist aber noch lustig, dass der Roboter Schweizerdeutsch auslassen kann. Internationale Raumstation. Weltraumstation. Ja. Nein, Starlink. Ja, Blödsinn. Das war die Internationale Raumstation. Nein. Weltraumstation ISS. Geh mal googlen. Nein. ISS. Was sind das Finken? Nicht Star Citizen. Händsche. Nicht Star Citizen. Nicht Star Citizen. Nicht Star Citizen, ja. Ja. Das war eine Beleidigung. Warum nicht? Bei uns sind wir gut und sind auch hier oben. Mhm. Hast du jemanden raus? Hä? Ist er raus? Patti ist schon raus, ja gut. Patti ist schon raus, ja gut. Ja gut, das ist ja eh die letzte Runde. Braunsche Bewegung. Braunsche Bewegung? Ja, man würde es anders schreiben. Das ist nicht der Ding. Moleküle. Was ist denn das? Ach so. Oh Gott. Nein. Robi fragt sich, ob das Kunst ist, oder Emma? Haha, der Robi fragt sich. Ich würde Kunst nicht erkennen, aber ja. Ist das klar? Imposter fragt sich, ob seine Arbeit Kunst wäre. Ich wollte das Messer noch zeigen. Ich finde das klasse, das muss ich behalten. Der wird sofort posten. Das hat sich extrem verändert. Explodierende Raumstation im Weltall. Explodierende Raumstation im Weltall. Was denn? Oh nein. Der Planet brennt. Mindestens ein Land davon. Das ist ein ganzes Land, das brennt. Da kommt die rein. Die Welt brennt. Die Welt brennt. Oder da, ja. Okay. Ja. Das war wieder klasse. Ja. Wie ihr seht, haben wir wieder etwas überzogen. Hast du noch einen? Hä? Ah ja, tatsächlich. Das ist dick. Das habe ich ganz vergessen, wie ich dort einfach das Coat ansah. Darth Vader in Hogwarts. Ah. Das ist das, das ist das, das ist gerade von den, äh, von Gatschik von. Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader greift Burg an. Ja. Du, 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 du. Ich habe es vergessen. Darth Vader mit Leser Schwert. Ah, Misaki. Wie sieht das aus Burg? Ah, Paddy. Martin hat sogar einen schönen Darfleder gezeichnet. Sogar ich habe einen schöneren gezeichnet. Ich habe ja hier einen, den ich direkt abzeichnen kann. Ich habe ja die Wecker. Ja, mein Wecker, genau. Ich habe schon etwas gestanden. Wo es seit Jahren nicht mehr geht. So. Nein, ich habe keine Batterie. Du bist mir zu blöd. Braucht den ja nicht. Ich habe keine PC-Uhr. Ich habe keine PC-Uhr.